hallo hallo und ein herzliches willkommen zurück bei let's play minecraft infinite world ja okay also wir haben folgendes jetzt ein bisschen gewartet ist das silikon mal ein bisschen so produziert ist so lange und so weiter und so fort das heißt wir können jetzt schon mal ein paar controller wieder herstellen ein paar sind auf jeden Fall schon wieder drin ja nicht so all zu viele aber ein paar sind auf jeden Fall schon mal drin so das bedeutet wir brauchen hier auf jeden Fall den controller zack so das heißt wir haben hier den da wir haben allerdings kein Skystone mehr wirklich keinen mehr so jetzt hier noch mal farm gehen gut dann gehen wir halt noch mal fahren das ist auch kein Problem wir wissen ja mittlerweile wo es ist so ja wie gesagt wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar LME controller das ist aber eher so ein kleineres problemchen jetzt noch ja das heißt wir nehmen jetzt hier einfach mal das hier machen wir jetzt noch ein bisschen nach oben und da fahren wir einfach schnell noch mal ein bisschen was ab und dann ist das auch kein kein Ding ein großer Akt auch ganz schön krass wie viel da halt auf jeden Fall drauf geht an Rohstoffe natürlich aber es ist natürlich auch ein sehr großes Projekt und wenn ich halt sowas dann halt schon baue dann ist das meistens auch immer sehr sehr groß halt auf jeden Fall und deswegen dauert das halt natürlich dann auch die Rohstoffbeschaffung halt natürlich auch umso länger man könnte es ja natürlich auch klein bauen aber nee das macht dann die kleinen macht halt natürlich nur halb zu viel Spaß das ist ja natürlich auch ganz schön so 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 das positive sogar daran ist halt eigentlich ne man halt wirklich instant halt auch die Rohstoffe halt auf jeden Fall ins Inventar in den ins Inventar hinein bekommt ne das sammelt auch direkt alles gleich auf so aber auch jetzt haben wir aber auch genügend das muss jetzt aber auch reichen Alter mehr gibt es jetzt einfach nicht aber in diese Richtung hier ne Quatsch ich lauf mich grade ähm in die Richtung, glaub ich ne oah da da ist mein Home das muss man doch sehen die render distance ist auch nicht so besonders hoch dass man irgendwie großartig an was krasses liegt daran ja hier fängt ja schon mal an hier bei der lava zum beispiel nicht die gesamte befüllung der lava zum beispiel als dann das bedeutet ich brauche auf jeden fall jetzt hier noch mal irgendwie in den alles melden haben wir haben ja auch nichts mehr und doch das in der leistung das dann ist ja gut dann bin ich ja etwas beruhigt sagen wir es mal so im dünnen 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 der ende ist beendet das ist natürlich nicht so witzig wieso ist der ende verendet es ist halt wirklich das ist halt richtig unwitzig gerade eigentlich so von ding hier und da gab es auf jeden fall gerade irgendeinen fehler ja hier ist permanent auf rf ist doch gar nicht der muss doch ist jetzt nicht haben doch in wir haben doch genug energie gehabt er steht auch direkt daneben der recharger oder gibt es doch gar nicht also das ist ja das ist jetzt natürlich wow muss man natürlich sagen erst mal irgendwie ende da haben wir erst mal okay gut so okay also wir brauchen auf jeden fall brauchen wir definitiv ja gut es nutzt uns aber halt allerdings hat auch nicht so viel natürlich noch mal weiß ich nicht das ist natürlich richtig behindert bin cool ich verstehe ich verstehe es halt gerade nicht wieso denn die sohn nimmt da gibt es doch nicht so dann müssen wir hier nochmal nach kopf gucken mal nochmal 1 2 3 oder einfach mal so brauchen wir hier auf jeden fall die funnet buchse ja aber gut hier oben sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus alle schon gute arbeit geleistet dann an dieser und dinge das ist schon eine ich sag mal so das ist schon einiges auf jeden fall reingekommen hier ich komme halt gleich noch mal wieder so ich nehme mir das jetzt mal raus das jetzt erstmal in den anker rein ja es gibt es ja gar nicht nur die lüten 3 so er ist empower der hat ein der hat definitiv hat er jetzt auch hat auch energie der hunderttausende rf kann ja gar nicht sein wie gesagt wenn der andere funktioniert ich weiß es nicht power 100.000 plus wieso ist das denn bei dem anderen nicht wer hätte der andere das denn nie ach das gibt es doch gar nicht will der mich den verarschen richtig scheiße über bildet die über 23 23 3 an working 3 weiß ich nicht wir können natürlich an working können wir natürlich drauf machen dann nicht dass das wäre vielleicht eine möglichkeit ob wir es allein nicht probieren soll einfach ich weiß es halt nicht nur das gibt es ja gar nicht nur so guck mal einfach mal was brauchen wir denn dafür für an working das 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 booting effizienz an working wäre dann obsidian probieren zahl ich weiß es wirklich nicht ob das so funktioniert oder nicht das hat damit einfach mal aus ich weiß es noch mal so ein book and quill book and quill zack so gedöhnt wie soll probieren halt einfach ne zack okay dann noch mal hier reingeben zack an working 3 so probieren wir es halt einfach nochmal die dinger sind ohne power dann kommt es ja da auch momentan zum stillstand muss ich mal gleich nochmal unten anschauen und das genau liegt wo ability 148 muss ich mal gleich mal drauf schauen wie du ability gleich bleibt oder wie das dort aussieht weiß ich nicht ja weiß ich nicht das ist natürlich schwierig ja toll so energy conduit gut das ist natürlich blöd der andere der oder sind es vielleicht sind es halt einfach zu wenig halt die hier runter zu bauen das kann halt natürlich auch sein weiß ich nicht irgendwo fiel natürlich die energiequelle ich natürlich hier sein ich weiß es nicht jetzt hat der grinder wieder energie das heißt wir gucken einfach mal ob wir jetzt bei beiden grindern wieder energie haben müssten wir eigentlich haben ja okay gut dann ist das hier auf jeden fall schon mal okay so wir brauchen auf jeden fall trotzdem noch das item conduit weil damit da hier trotzdem noch was raus transportiert wird ähm disabled zack always active active was auch signal und dann kann er hier loslegen dann ist das auf jeden fall schon mal okay also gut also aufladen tun wir den halt auf jeden fall ne das funktioniert auf jeden fall schon ne wir könnten ich weiß nicht wir könnten halt vielleicht das hier halt auch noch reinlegen theoretischerweise ne das hat zum beispiel halt keine do ability kannst du halt vermutlich auch mit looting halt ausstatten ne ja also das wäre glaube ich auf jeden fall dann auf dauer gesehen die bessere lösung halt ne wir hauen jetzt noch mal hier unten die änderung auf jeden fall noch rein und lassen das mal und schmeißen dann später halt das wir wollen schwert dort rein dass wir halt dann noch die möglichkeit dort zumindest ein bisschen was rauszuholen also beziehungsweise halt die haltbarkeit halt auf jeden fall zu umgehen wie gesagt mir fällt der jetzt leider wirklich kein anderer weg ein um die haltbarkeit irgendwo in gewisser art und weise nach oben zu bringen das ist so ein bisschen das problem aber okay gut dann ist es so müssen wir da zumindest halt schon mal auf jeden fall schon mal bescheid ne so okay wenn auch wir wollen mal die me kontrolle hier mal fertig stellen zack 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 so okay eins noch mal nach unten das wäre noch ganz nett so okay wir gehen noch mal hier rein und schauen einfach mal dass wir das hier irgendwie fertiggestellt bekommen also einmal hier oben hin da hin dann einmal da hin da hin geht irgendwie nicht aus welchen gründen auch immer die mitte geht halt irgendwie nicht ne das ist irgendwie ganz komisch das ging stimmt das ging ja nicht ja das ist richtig komisch das hier dürfte dann vermutlich auch gehen schätze ich mal ne genau das heißt theoretischerweise wenn man sagt das hier hätte man würde man das hier noch nach oben bauen ich brauche mehr me controller reicht noch nicht also ich brauche ja ein stack nicht ganz ne und einen halben stack könnte ich auf jeden fall benötigen manchmal schauen klicke ich mich mal durch jetzt fehlen mir halt natürlich die engineering prozessoren halt ne das ist halt der klassiker schlechthin was fehlt mir dafür jetzt hier wie gesagt er muss es ja eigentlich hier durcharbeiten die engineering prozessoren wo mangelt es da daran engineering prozessoren prozessoren inscrial engineering prozessoren ja hat irgendwie kann sein dass er kein strom hat neu er hat aus welchen gründen auch immer das ist so eine lächerliche scheiße alles gar nicht das ist der einzige der einfach mal keinen strom hat ist das denn euer fucking ernst oh nein ne er ist einfach der einzige der keinen strom hat wie lächerlich ist das denn bitte ich verstehe jetzt einfach nicht ne jetzt muss ich nochmal schauen dass ich mir hier nochmal das signal umlaget halt irgendwie macht man das hier nochmal silber silber wetstone kupfer silber wetstone kupfer silber 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 zack 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 wetstone kupfer wetstone 4 und kupfer oh das regt mich ja auf ne das kann einen natürlich auch aufregen ohne ende ne das muss man so schon sagen halt ne gibt's halt gar nicht ne also wieso das wie das teilweise da abläuft also ich verstehe jetzt einfach leider nicht ne ich verstehe es leider nicht ne so die das funktioniert auf jeden Fall schon mal nicht dass wir bauen hier mal 64 bauen hier nochmal 64 gut so und das rest ähm ypoint nehmen wir mal octetic wie hieß das nochmal energetic energetic so genau so und das brauchten wir ja glaube ich dafür um ypoint herzustellen mit enderperlen ne so war das glaube ich gewesen enderperlen genau enderperlen enderperl zack 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 das me system ist aus im channel 0 channel 0 wieso ist das aus verstehe es nicht me system ist einfach ausgegangen einfach ausgegangen alle also manchmal also also ich muss ja jetzt wirklich mal ganz ehrlich sagen nehme jetzt relativ spät auf und ähm muss auch dann morgen relativ frühzeitig aufstehen ich wollte ganz gerne auch einfach nochmal ein paar folgen schaffen ähm weil ich gerade wieder mal ein bisschen bock habe hier ein bisschen auch minecraft aufzunehmen wenn ich mir diese scheiße anschaue ne dann weiß ich es auch nicht ne muss ich wirklich gestehen ne ich verstehe es einfach nicht ähm ist es hier auf jeden fall voll ähm was wir halt machen können ist halt könnten halt sagen holen das hier mal ab und dann hoffe ich einfach mal dass wir da irgendwie was rausbekommen weiß ich nicht jetzt ist es da ok es liegt halt scheinbar wahrscheinlich wirklich an den Channels dass da ähm wahrscheinlich weil hier hinten nochmal ein weiterer Channel angesprungen ist oder sowas in die Richtung deswegen es dürfte könnte vermutlich sein weiß ich ja jetzt nicht ganz genau irgendwo ist da infinitiv nochmal irgendein Channel nochmal angesprungen ähm der dann halt gesagt hat ok gut ne was hier sind es sieben, sechs Channels hm wenn das hier halt auf jeden fall vielleicht das hier angesprungen ist oder irgendwas irgendwas ist da angesprungen oder hier oben wurde irgendwie was aktiviert hier oben sind ja auch nochmal drei ähm oder dran theoretisch möglich halt ne dass man da dann halt auf einmal irgendwas ist da auf jeden fall gewesen gerade aber wir müssen da auf jeden fall den Exportbars wieder ran basteln ne weh das geht jetzt wieder aus jetzt ist es halt wieder an ne wie gesagt das ist halt wirklich ganz ganz komisch halt manchmal ich verstehe es halt selber halt teilweise nicht ne also wie gesagt wenn ihr da irgendwie einen Tipp habt warum das jetzt gerade ausgegangen also ich würde jetzt halt tippen dass da irgendwo was bei den Channels halt ist ne aber ich kann es halt leider auch nicht zu 100% sagen ne das ist so ein bisschen die das Problem halt gerade an der Geschichte so ein Signal im Inget haben wir schon mal wieder ok also es ist genau dieselbe Scheiße ist halt eigentlich unten halt im Grunde genommen vom Ding her weil man da halt also ich brauche hier noch die zum Acceleration kommt wenn das hier mal ein bisschen schneller funktioniert und das zurück mal reingetransportiert wird das ist aber auf jeden fall mal interessant zu sehen was hier eigentlich alles reinkommt ne und das halt auch über den kurzen Zeitraum halt eigentlich jetzt hier reingeballert wird ne an Rohstoffen was ist das hier Logic Prozessor, Calculation Prozessor also wie gesagt der andere Prozessor funktioniert halt immer noch nicht oder halt ähm weil der halt einfach keinen Strom bekommt ne und das ist halt das lächerliche halt daran jetzt geht das System hier auch wieder nicht ich weiß nicht woran ich fau das hier einfach mal ab geht das ja ok dann hat das hier auf jeden Fall das Problem halt schon mal verursacht ok ähm verändert habe ich eigentlich an der Grundstruktur gar nichts wie gesagt irgendwas funktioniert halt definitiv gerade noch nicht das ist ist bisschen blöd aber wie gesagt wir sind da sind wir halt auf jeden Fall dran für Abhilfe auf jeden Fall zu sorgen dass es da wirklich auch keine großen Probleme mehr dann gibt ich hoffe es zumindest dann auf jeden Fall ne ok die nächste Geschichte was machen wir jetzt als nächstes wir brauchen ähm ich wollte mir ganz gerne nochmal anschauen was wollte ich mir nochmal anschauen was wäre auf jeden Fall nochmal wichtig jetzt ähm sich nochmal anzuschauen das hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht muss ich sagen hm ich kann man das gar nicht so oh das ist ja auch eine das ist ja auch kacke also auf Dauer auf Dauerfeuer zu produzieren das Zeug hier wow 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 ja gut aber wir wollten ähm genau richtig ich wollte ganz gerne den Kontrollern ah jetzt weiß ich es wieder äh jetzt geht das hier wieder nicht ne äh ich verstehe jetzt halt einfach nicht wieso denn das ah jetzt geht es mal wieder an alter ja wie gesagt das ist definitiv ein Channel Problem es hat auch nichts mit Stromversorgung oder ähnliches zu tun da könnte vielleicht auch Stromversorgung sein weiß ich nicht eigentlich eigentlich eher weniger würde ich jetzt nicht so denken so jetzt können wir mal noch einen Tesserakt bauen genau jetzt haben wir endlich wieder die Möglichkeit einen Tesserakt zu bauen ok so zack so den Tesserakt haben wir schon mal das bedeutet ich muss jetzt zusehen dass ich hier unten da mal Energie ran bekomme das heißt ich schaue einfach mal wie gesagt es kann ja nicht angehen dass hier keine Energie rankommt das heißt ich packe das jetzt hier einfach mal ran dann sage ich hier einfach mal ok zack dann sage ich hier einfach mal auf die Hauptleitung und da soll ich hier einfach mal im Grunde genommen die Energie empfangen so jetzt sind hier auch 400 oder 600 das funktioniert aber hier trotzdem immer noch nicht so wie ich das gerne möchte ok dann ist das definitiv noch ein anderes Problem dann wird es vermutlich an der Leitung liegen das ist doch nicht genügend Energie rüberkommt liegt es vermutlicherweise an der Leitung so das bedeutet theoretischerweise wenn ich jetzt sage hier direkt befeuern jetzt ist er direkt befeuert jetzt ballert er das auch direkt raus und ja dann liegt es hier definitiv an den Kabeln an den Energy Conduits weil die Kabel hat definitiv von der Stromstärke her zu schwach sind so wenn wir nochmal schauen dass wir nochmal ein paar Controller auf jeden Fall nochmal ran bekommen das wäre auf jeden Fall nochmal eine ganz coole Sache wir gucken nochmal ob wir schon mal wieder ein paar Engineering Prozessoren wieder da sind zwei Stück sind da das ist jetzt aber noch nicht so viel ne so ich gucke nochmal nach unten so und schauen wir das hier nochmal an die wir benötigen also wir wollen benötigen das hier oben genau ok so dann brauchen wir hier dafür nochmal was zack zack und zack jetzt gehen die äußeren gehen hier nicht oder? könnte das sein ja dann ist ist ja hier gehen die äußeren dann nicht warte mal dann bauen wir das lieber hier nochmal ab das ist aber jetzt hier sowieso schon die Endstruktur halt ne möglich dass man bei manchen hier noch im Grunde genommen halt sagt ok gut äh manche gehen hier noch weiter ne aber manche gehen halt nicht weiter weil es halt dann doch schon mehr als ihnen sind oder sowas in die Richtung ne das könnte dann könnte durchaus für Probleme dann halt auch hier raus sorgen ja ja ups und dann manchmal warum das manchmal auch nicht funktioniert das verstehe ich auch nicht ganz zu 100% hier aber vielleicht muss man es vielleicht auch gar nicht verstehen hm wie gesagt ich mache das jetzt einfach in der Mitte mache ich das jetzt halt im Grunde genommen noch wie gesagt vorn waren die zumindest teilweise noch angewesen die Controller zumindest teilweise noch in der Mitte oder sowas in die Richtung ne aber jetzt sind die halt gar nicht mehr an auch ganz komisch halt irgendwie möglich dass es halt wirklich über den Weg halt geht ne 7x7 aber es ist halt auch scheißegal halt am Ende weil es halt es sind halt trotzdem mehr als genügend Möglichkeiten ne wo du Channels halt in einem einzigen System sozusagen halt ranbauen kannst deswegen ist mir das jetzt aber am Ende dann halt auch einfach egal und ähm ich baue jetzt hier einfach nicht mehr jetzt einfach nochmal ein paar 12 Stück 12 Stück ok hier einfach nochmal nach unten ups ja gut genau können ja auch nach unten gehen erstmal zack so gut ich baue das hier in der Mitte baue ich das jetzt hier einfach noch zu Ende ne zack zack und zack So ich baue jetzt hier und ziehe hier noch eine Linie rein, da noch eine Linie rein, da noch mal eine rein und da noch mal eine rein und die in der Mitte sind jetzt hier aus welchen Gründen auch immer nicht erreichbar. So jetzt fehlen mir trotzdem noch ein paar. Das ist ja auch genial. So das heißt ich brauche noch mal ein paar Kontrollen mehr, 1, 2, 3, 4. Ah keine Ahnung, ich baue jetzt hier einfach nochmal 15 oder 14. Wie gesagt, das muss dann auch irgendwann reichen. Ich weiß nämlich ganz genau wieso er das jetzt hier in der Mitte hier bekommt. Wir finden halt die Mitverbindung. Nehmen wir einfach mal die Mitte Verbindung weg. Kann sein nämlich, dass er das irgendwie anders halt aufbaut. Das heißt wir nehmen hier einfach mal das hier weg. Genau, wir nehmen einfach mal das Mitstück nehmen wir mal weg. Genau, so und bauen das hier zack, 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 zack. Kann man das noch nicht nehmen, oder? Wie sieht er das jetzt nicht? Hm. Da muss er eigentlich vom Ding her, muss er es halt nehmen. Das ist halt das Dumme. Das hat er jetzt hier genommen halt auf jeden Fall. Hm, wieso nimmt er das jetzt hier nicht? Das nimmt er auch? Das nimmt er nicht. Hm. Das nimmt er? Okay. So, ja ich weiß schon wieso es nicht nimmt. Wieso es nicht nimmt, okay. Also hier fehlt es noch. Hier verstehe ich aber auch nicht. Alter, ich baue das hier in der Mitte einmal komplett ab. So, ich habe das oben auch noch. Ah, oben habe ich das auch noch. Genau so. So blöd gebaut. Warte mal, wir machen das, wie machen wir das jetzt am besten? Also eigentlich müsste man sagen, das müsste funktionieren. Okay, das läuft schonmal. Ähm, dann nehmen wir den meinetwegen auch nochmal weg. Okay. Und nehmen das hier nochmal mit. Wie gesagt, es geht jetzt wirklich um die Maximal. Maximum. Ein Channel. Okay, das ist leuchtet. Wie gesagt, leuchten ist immer ein Zeichen davon, dass es verbunden ist, connected. So, dann bauen wir das hier drin. Ja gut, abbauen, weiß ich nicht, ob das auch noch notwendig ist. Das kann ich noch nicht so sagen. Wir machen das jetzt ab. Okay, gut. Und das hier auf. Hier auf. Aber trotzdem. Immer noch. Das gerne hätte. An dieser Stelle. An der Stelle auch nicht. Ja, an der einen Stelle schon. Ja. Warte mal. Dann nehmen wir das hier mal weg. Das nehmen wir auch nochmal weg. Das nehmen wir auch weg. Das nehmen wir auch weg. Weg. Okay. Wie gesagt, es müsste eigentlich, vom Ding her müsste es funktionieren. Okay, gut. Dann machen wir das hier erstmal an der Seite. So. Okay, dann schauen wir hier nochmal. Wahrscheinlich wird es dann da ran liegen. So, ja. Okay, gut. Dann fehlt dort halt irgendwo. Fehlt dann halt da auf jeden Fall irgendwo ein Channel oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ganz genau. Wo. Wo es da fehlt. Also das so funktioniert es. Ne. Anders nicht. Weil es ist. Wahrscheinlich der Weg halt irgendwo. Blockiert da irgendwas. Aber das soll mir jetzt auch. Es soll halt auch einfach egal sein. Wie gesagt. Es sind mehr als genug Channel da. Ne. So. Wir bauen das hier oben. Bauen wir das auch nochmal ran. So kriegen wir auf jeden Fall zum. Halt einen Kasten hin. Der halt auf jeden Fall auch funktioniert. Also das ist. Ganz ganz schwierig mit Applied Energistics. Ne. Ihr seht das jetzt selber. Ich selbst gehe mal davon aus. Dass dann halt irgendwo. Dann halt die Channel Größe halt ganz einfach überschritten ist. Ne. Obwohl ich. Man halt jetzt sagt. Okay. Gut. Wenn dieser Block hier als. Wie gesagt. Wenn sieben mal sieben halt angesagt ist. Theoretisch. Bist du das halt. Vier mal in diese Richtung. Vier mal in diese Richtung. Vier mal in diese Richtung. Ne. Ist ja okay. Hier würde ich auch nach vorne. Müsste das halt genauso gehen halt. Darf halt eigentlich nicht sein. Dass hier die Energiequelle ist. Und dann 1, 2, 3, 4, 4. Irgendwie sowas in die Richtung. Ne. Das ist halt eigentlich auch Bullshit. Ne. Aber okay. Gut. Es ist halt jetzt einfach so wie es ist. Ne. Wie gesagt. Das ist jetzt halt im Grunde genommen. Der große Controller halt erstmal. Und damit kann man da halt auf jeden Fall schon mal ein bisschen was anfangen. Und da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen einiges an Spaß haben. Damit wir dann hier auf jeden Fall ein paar Leitungen gelegt bekommen. Hier nach oben. Und wird das ME-System hier erstmal auf jeden Fall umgestaltet und umgearbeitet. Und ja. Ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall für das Einschalten. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.